Ein Klassiker, wer kennt die nicht? THC Troll. Na schauen wir mal rein. Eieiei. Okay, was steht an? Buch. Willkommen zu meiner Trollmap. Auf der zweiten Seite findest du einen Tipp und auf der dritten Seite eine Lösung. Okay, dann behalten wir das Ganze mal im Inventar. Und ich glaube, ich muss im Adventure-Modus sein. Okidoki. Ich möchte... Da hin. Da will ich hin. Okay. Los geht's. Oh, das ist nicht dein Ernst, oder? Ist das überhaupt machbar? Nein, das geht doch gar nicht, oder? Nein. Wenn das geht... Oh, das ist fies. Wow. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass das möglich ist. Da ist ein Knopf. Da ist eine Kiste. Da ist ein Knopf. Da ist nichts drin. Okay. Will ich hier runter gehen? Haben wir schon alles geschafft? Er schaltet jedes Mal einen Kolben. Ah, gut. Wir haben ganz viele Knöpfe. Einer davon wird mindestens was machen. Oder alle sind Troll. Aber erstmal noch die unoffensichtlich-offensichtlichen Sachen. Red zu Enderpearl. Enderpearl könnte mir echt gut helfen, um hier durchzukommen. Das heißt, ich brauche eigentlich nur Brot. Mit Brot wäre alles schon geschafft. Hier sind Löcher. Ah ja. Und Barriereblöcke. Oh nee. Glaub nicht, dass es geht. Oder doch? Ah ja. Sehr interessant. Okay. So einfach ist es selten. Äh, das war nicht einfach. Komm. Ich habe gewonnen, oder? Nein. Das sind Barrieren. Oh nee. Jetzt muss ich vor allem wieder zurückgehen, ne? Oh nee. Ach komm. Kinder was. Habe ich dieses ganze Barriere-Labyrinth erfolgreich gemeistert? Nett. Ja, toll. Ja, mega. Cool. Das ist jetzt richtig doof. Okay. Okay, ich bin wieder rausgekommen. Warte mal, hier hoch kann ich... Oh, warum kann ich hier hoch gehen? War das schon offen vorher? Weiß ich nicht. Oh. Nee. Nee, niemals. Oh bitte. Ja. Okay, wir probieren erst mal die Knöpfe aus. Ist sogar auch nicht unwahrscheinlich, dass sogar einer der Knöpfe jetzt wahrscheinlich die Barrieren entfernt hat, die... Nee, warte, was war welcher Knopf? Das war der hier, ne? Ja, der hier. Okay. Der hier. Den Knopf nicht drücken. Das war der, ne? Der. Nee, der dann nächste. Okay. Okay, wir haben hier nur einen Kill-Knopf. Der da. Okay, das heißt, wir müssen jetzt diesen Jump'n'Run machen. Und, ey, guckt euch das an. Add killed the Joker. Das heißt, im Chat steht add killed the Joker. Das bedeutet, äh, Game Rule Command Output is true. Und das bedeutet, falls irgendwelche Fill-Commands benutzt werden, würden wir es sehen. Okay. Das heißt, jetzt müssen wir eigentlich nur, in Anführungszeichen, diesen Jump'n'Run schaffen und gucken, ob wir dadurch weiterkommen. Das ist nett. Wenn jetzt hier eine Barriere ist... Ja, da ist die Barriere. Da ist die Barriere. Die nette, freundliche, kleine Barriere. Okay, ich brauch'n Tipp. Ich komm' nicht klar. Falling Block. Falling Block. Falling Block. Der Tipp hilft mir überhaupt nicht grad. Falling Block. Oh, no, no, nein, 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 nein. No, no. Oh. Nein. Nein. Nein, Bastard. Oh. Nein. Nein. Der Durchgang war die ganze Zeit offen. Oh, Bastard. Oh, nein. Oh, nee. Oh, man sieht es sogar ein bisschen. Oh, man sieht es. Oh, yo, Leute. Das gibt einen Punkt für euch. Das gibt einen Respekt. Der Troll hat mich. F. Hallo, Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Troll-Challenge für Joseph. Oh, nein. Oh, doch. Vielleicht nicht. Ich würde am liebsten sofort auf Lösungen drücken, aber wir müssen es ja versuchen herauszufinden. Wem haben wir jetzt folgendes zu verdanken? Magic Craft. Regeln. Spaß haben. Ich muss jetzt so cringy gucken. Es gibt einen Grund dafür. Nicht cheaten und Game of Adventure. Ah, bitte. Das ist doch nicht euer Ernst. Oh, nee. Ich war noch nicht mal darauf vorbereitet. Gebt mir doch mal die Möglichkeit, die Web zu starten. Dankeschön. Gut. Ihr seht schon. Troll. Oh, Aka versucht nicht zu sterben. Oh, das ist doof. Das ist... Das fängt jetzt schon doof an, Leute. Das fängt jetzt schon so doof an und... War der andere falsch? Uh, ich sag nichts. Okay. Läuft. Äh. Das ist mir irgendwie zu einfach. Wieso kann man hier runterfallen? Das ist irgendwie zu einfach. Okay. Schnee. Mache ich das... Mache ich gerade alles auf Anhieb richtig? Oder dodge ich gerade nur die Trolls? Hä, das... Okay. Ja. Mache ich richtig. Sehr schön. Weißt du, was lustig ist? Du hast alle Level umsonst gemacht. Du musst beim Start einfach nur auf Lösung klicken. Es war nicht die Rede davon, dass dir der Knopf die Lösung sagt. Er selbst ist die Lösung. Ach so. Ja klar. Oh nein. Der Knopf sagt ja nicht Lösung anzeigen. Der Knopf ist die Lösung. Lösung. Spielt nicht mit mir. Okay. 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 1 zu 0 wieder für euch. Sehr gut. Toll. Wunderschön. Ähm. Boah. Das war mies. Vor allem, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, wo ist der Troll? Respekt. Die Trolls sind die Schweiz.